Oh ne! Nein! Nein! So, das hier ist der Käse und damit hallo zu Folge 2 Don't Starve Together. Immer noch allein. Oh ne, immer noch allein. Ja, sorry. Huch, ah, da sind Fireflies. Cool. Immer noch alles. Ja, Science Machine. Was kann ich denn? Kann ich irgendwas? Nee, kann ich irgendwas unlocken? Schnell, bevor ich jetzt hier eine Schaufel komme. Eine Schaufel ist doch immer Knorke. Oh, äh, 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 Pup. Ich lass ein bisschen Pup hier, was soll's auch, ne? Huch, ähm, ah, hier gibt's ein bisschen was, ja. Komm, gib mal hier, ja, ja, that MySpace ist schon cool. Ich hab irgendwie nur 15 Frames grad, ich weiß nicht grad so genau, warum. Konstante, bululululu, ja, ja, verzieh dich. Alter, schon wieder einer, wie viele sind denn hier eigentlich, sag mal, ist ja unglaublich. Ich glaub, ich brauch bald mal einen Bumerang, damit ich mir so einen leckeren, schmackhaften, huch. Ach, scheiße. Entschuldigung. Entschuldigung. Scheiße. Ich hab voll, ach so genau, ah ja, genau. Das Gute an WX ist ja, ähm, normalerweise ist, ähm, Essen, das nicht mehr so ganz frisch ist. Ähm, gibt irgendwie, weiß ich nicht, nur noch die Hälfte und dann später nur noch irgendwie ein Viertel oder ein Drittel. Ich weiß nicht genau, wie es ist. Spinnen. Und beim WX ist das Wurst. Der isst alles, ne, den kannst du alles rein und schieben. Dem ist das vollkommen, vollkommen egal. Finde ich sehr sympathisch. Konstante 15 Frames. Hm. Komisch. Mist. Naja, ist jetzt so. Bleibt auch so. Ähm, sorry, wenn es ein bisschen ruckelig ist irgendwie. Oder mach ich nochmal kurz, warte mal. Nee. Nee, komm. Ich will jetzt nicht irgendwie nochmal raus. Aber es ist echt ein bisschen lahm, ne? Ist voll lahm. Nee, warte mal. Ich muss nochmal kurz raus. Sorry. So, da bin ich schon wieder. Okay. Ich weiß nicht genau, was das war. Jetzt hab ich konstante 30. So wie das sein soll. Gib mir das. Stöckchen. Wie ist denn? 22 Stöcke. Okay, ich glaub, ich lass mal die Stöcke. Konzentrier mich mal eher aufs Erkunden. Hier so ein blöder, finsterer, finster Forst, finster Walde. Ich muss immer noch, ich brauch mal einen Spot halt, weißt du? Ich brauch mal einen Platz, wo wir uns mal so häuslich niederlassen können. Oh, hier ist ja Ruhe. Hallo, Freunde. You back off. Kann ich dich vielleicht befreunden? Ja, guck mal hier. Time for food. Nein, ja, komm. Hier, noch eins. Komm. Nein. Komisch. Irgendwie wollen die nicht. Ich weiß nicht, was da los ist. Kurzer Blick auf die Map. Ja. Hier war ich noch nicht. Also, mal weiterlaufen. Ich fände mir nicht so gut hier, weil... Eigentlich will ich hier irgendwie eine große Wüste finden. Das wäre jetzt ganz nice. Eine Wüste für... Wo ist meine... Da ist meine Pick. Habe ich schon. Sehr gut. Gold. Ich brauche Gold. Gold geht immer. Für Beefelows. Immer noch. Beefelows. Super, super. Ich brauche Beefelows. Unbedingt. Ich brauche mal einen Speer. Komm, nur für den Fall, dass man weiß ist. Es ist ja nicht. Nur mal so. Aber es ist Tag... Oh, nee. Es ist schon Tag 3. Okay. Also, bis Tag 5 ist normalerweise so... Mein persönliches Limit. An Tag 5 mag ich eigentlich ganz gerne mal anfangen. So mit Basisbau. Weil sonst... Ne? Ich weiß gar nicht, wann der... Ach so, nee. Steht hier nicht. Also, es gibt es natürlich auch, dass einem irgendwie so ein Ding... Also, so eine Mod irgendwie die Jahreszeiten anzeigt oder so. Hab ich aber nicht mit drin. Aber es ist irgendwie... Weiß ich nicht, wann der erste... Also, wir sind ja im Herbst. Man startet im Herbst. Genau. Und wir sind ja immer noch früher Herbst. Also, das passt schon irgendwie. Das läuft schon. Das wird schon. Nein. Nicht. Ja. Passt auch. Mal ein bisschen umsortieren. Huch. Wo bin ich denn? Ah, ja. Okay. Kurz Verwirrung. Steine mal. Oh, Mann. Okay. Laufen und gleichzeitig Hotbar sortieren. Das ist nicht so gut. Kriege ich nicht so hin. Sumpf. Oh, nein. Es wird schon... Oh, no. Es wird schon finster. Okay. Ah, ja. Habe ich noch ein Feuer am Start? Nee. Habe ich nicht. Nochmal eins. Ja. Danke. Da ist wieder so ein Tentakel-Ding. So ein Tentakel... Weißt du? So eine Tentakel-Keule. Die hätte ich jetzt ganz gern. Das finde ich ganz sympathisch. Da ist wahrscheinlich irgendwie... Ach, genau. Da ist ein Sinkhole. Also, da geht es in die Höhle runter. Aber ich lasse sie mal alle zu. Das Einzige, was ich da momentan von bekommen könnte, wären ein paar Steine, die ich jetzt nicht unbedingt daraus brauche. Oh, Gott. Voll der Riesensumpf. Alter. Und die Sache ist ja immer, wenn du... Ja, ja. Wenn man diese Sinkholes aufgräbt, dann kommen da ja diese Battleisks irgendwie und keine Ahnung, wenn der Fleisch rumliegt, dann fressen sie ihr Zeug und vermehren sich und was weiß ich. Und wenn man dann mal nachts irgendwie... Dummerweise... Ja, ist ja gut. Dummerweise da entlang muss. Dann ist nämlich ganz schön doof. Oha. Aha. Sieh an. Aufs Maul. Gib ihm. Hart und schmutzig. Okay. Wie... Ja, ja. Ist cool. Komm schon. Lass stecken. Lass stecken, Junge. Ich tue dir nix. Tust du mir bitte auch nix. Bitte. Oh, ein Wormhole. Oha. Wie sieht es so allgemein aus mit der geistigen... Nice. Entschuldigung. Nimm das. Dankeschön. Das ist ja jetzt auch nicht so ganz verkehrt, wa? Soll ich ins Wurmloch springen? Na, macht jetzt... Ja, ja, ja. Cool. Ja, ja. Ist ja gut. Langsam wird es echt dunkel. Ich wünschte mir... Ich würde mal... Ja, ist ja gut. Ich würde mal rauskommen aus diesem Sumpf. Weil im Sumpf... Ist irgendwie unsympathisch, ne? Ich meine, hier kannst du auch diese komischen Spiky Trees abhacken und so. Also, zur Not gibt es dann schon auch was zu tun. Nachts aber. Ich glaube, hier geht es auch wieder raus. Hoffentlich. Komm schon. Lass mich raus hier. Bitte, lass mich raus. Sonst, wie sieht es so aus? 140, ja. Ah, hier ist auch ein bisschen Alarm. Alles klar. Da wird er spinnen. Oh Mann, langsam wird es eng. Ich muss hier raus jetzt. Lass mich doch hier raus. Was ist das für ein Megasumpf? Das ist ja ekelhaft. Alter, komm schon. Nein, hier ist irgendwie... Ich sehe schon, hier ist irgendwie Dead End. Hoffe ich einfach mal. Oh boy. Oh boy. Alter, das ist ja ganz ungeschickt hier. Alter, lass mich. Spinnen und dieses Spiky Tentakel-Dinge. Will ich doch alles nicht. Okay, ich glaube, ich muss wohl... Ja. Das ist wieder so ein... Diesen komischen... Ich kann mich nie merken, wie die heißen. Oh no. Oh no. Nein. Nein. Lass das. Schnell. Holy shit. Oh, der war knapp. Erst mal, erst mal, erst mal wett. Okay, wenn zur Not habe ich noch die Gears. Oh man, uncool. Mega uncool. Naja. Nicht Lennen. Nicht Lennen, Käse. Altes Mädchen. Ich habe irgendwie, wo ich jetzt folge, irgendwie... Ach so, da kriegt man nur Sticks von den Dingern. Naja, kriege ich dafür ein Holz. Komm schon. Ich habe nämlich echt nicht mehr viel... ...Holz. Und brauche langsam mal ein bisschen was, wa? So. Ja, ja, ja. Macht ihr da ruhig Alarm da unten. Solange ihr mich zufrieden lasst. Nein, lass mich. Ich will nicht. Habe ich die Fackel? Ja, ich habe die Fackel. Okay. Nein. Ich will keinen Ärger. Komm schon. Scheiße. Lass das. Geh mir das. Okay. Ja, jetzt bin ich ja schon hierherkommen. Ich röste mal schnell meine Beeren durch. Jetzt nächste Nacht kann ich jetzt nicht mehr den blöden Sumpf hier. Was ist das für ein Megasumpf? Mal kurz durchköcheln. Was brauche ich denn bald mal so? Irgendwann brauchen wir mal ein bisschen mehr Steine für ein permanentes Lagerfeuer. Und ich brauche ein bisschen Steine für den Crockpot, also für den Kochtopf. Und ein bisschen Kohle brauche ich. Da muss ich ja noch ein paar Bäume einziehen. Das ist ja alles im Grunde schnell gemacht. Ah, halt. Gib mir mal, wenn ich jetzt schon hier eine kleine Kochrunde einlege, koche ich mir mal kurz hier noch. Äh, was? Hä? Hä? Was? Was? Hä? Hä? Die geben doch minus 50 aufs... Hä? Wo, wo, wo... Hä? Wo ist es hin? Ich habe die jetzt irgendwie nicht gekocht. Auf den Auffisch und Froschschecke. Na gut. Frosch... Oh, geil. Geilo. Geiler Scheiß. Nein. Geil mir das. Cool. So, und wo bin ich denn eigentlich hier? Zur Hölle noch eins. Okay, ich näher mich auf jeden Fall irgendwie dem Ausgang, hoffe ich mal. Okay, da oben ist mehr. Das ist mir in dem Fall mal sympathisch. Wie sieht es aus? Ach so, ein Spinnennetz. Ja, auch schon nicht schlecht. Tag vier. Tag vier. Oh, Mann. Ich wollte echt schon... Ich wollte schon besser sein. Jetzt muss ich mal geschwind hier raus und ganz schnell mal irgendwie einen leckeren... leckeren Dings zu... Weißt schon. Eine Wüste. Nee, nicht eine Wüste. Doch. Nee, du weißt schon, diese Graslandschaft. Weiß gar nicht, wie das heißt. Weißt du, wie das heißt? Hm. Bin mir gar nicht so sicher. Wo bin ich? Hier, also hier unten. Da gehe ich jetzt nicht weiter suchen. Hier bin ich auch schon gewesen. Ich muss mal irgendwie hier runter. Hoffentlich muss ich nicht irgendwie hier hoch. Ich bin mir hoffen, dass hier unten noch irgendwie... Wobei, wenn ich jetzt mal ganz... Naja, kann man nicht so genau sagen, ne? Okay, ich gehe mal weiter. Zumindest mal ist Essen im Moment überhaupt kein Problem. Ich bin ganz ordentlich satt und habe immer noch ordentlich zu essen und so. Das ist ja auch schon mal was. So, vielleicht wechsle ich mal kurz. Das ist ja... Okay. So, hier. Ein Speer. So. Mal weiter gucken. Hm, 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 hm. Bienen! Also mit Bienen und so bin ich jetzt noch nie so der allerbeste Freund gewesen. Ich habe mir ab und zu mal so ein, ne, so ein Beehive... Heißt das Beehive? Ne, heißt nicht Beehive. Beehive ist so ein... Na, so ein... Naja, so ein... Wie heißt denn das auf Deutsch? Scheiße, ich weiß gar nicht. Bienenstock. Das ist ein Beehive, ne? Oder das ist... Also so ein Bienenstock, ne? Aber nicht den Stock, sondern diese, ne, diese... So ein Imker-Ding halt. Weißt du schon. Du weißt schon. So ein Imker-Ding. Ähm... So ein Imker-Ding gemacht. Oh, ne. Oh, Mist. Okay, da ist was da drüben. Vielleicht kann ich hier geschwind drum rumhuschen oder so. Was ist das? Ein Kaktus. Okay, Kaktus. Weiß ich spontan noch nicht so viel mit anzufangen. Ähm... Ne, ich lasse die mal. Komm. Oh, nein! Was? Was willst du von mir jetzt? Alter, du Pissbirne. Sterb, 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 du Kackvogel. Elendes Stück ist hier etwa so ein... Du weißt schon, so... Ja, da ist so ein... Oh, nee. Oh, nö. Oh Gott, das ist ja... Das ist ja ungeschickt. Da muss man nämlich immer, wenn man da durch will, an diesen Dingen vorbei... Knochen... Äh, was? Hilfe! Ach du, einige Scheiße. Alige Scheiße. Ja, ja, ist schon cool, Junge. Pass, pass... Ah, hier ist so ein... Ah, ein Gletscher. Alter. Okay, es wird schon wieder dunkel. Leck mich fett. Das läuft überhaupt nicht. Was? Geier? Ich kenne keine Geier. Ich kenne mich nicht aus mit Geiern. Lass mich. Blöde Hound. Ich freue mich, dass... Ich habe mir so gedacht, irgendwie Hounds. Hounds. Ähm. Ähm. War ich jetzt hier schon? Ich glaube nicht. Hounds. Also ich meine, bei... Bei Sherlock Holmes ist doch... Das Buch heißt doch Hounds of Baskerville, oder? Oder heißt er... Oh, boy. Nein, nein. Alles cool. Okay, super, dass ich euch gefunden habe. Aber ich hätte wirklich gerne eher mal eine Base. Ah, komm schon, hier. Beefelos. Viele. Come on. Gib mir eine fette Herde Beefelos. Äh, dieses Buch heißt doch Hounds of Baskerville. Auf Deutsch heißt es die Hunde von Baskerville, oder? Ich glaube. Aber Hounds ist eigentlich schon so ein bisschen... Wie jetzt nur ein Hund, oder? Irgendwie verlässt mich da so ein bisschen meine Englische Expertise. Aber so ganz frei, glaube ich, geht das. Ich glaube, ich bin... Oh, Fick. Fick die Henne. Oder wie wir früher so gesagt haben. Entschuldigung. Ähm, nein. Ein Kackophant. Oder wie heißt ein Oliphant? Nee, du weißt schon, Pfand. Ich habe kein Holz mehr. Ach, du Heilige. Und ich bin in einer Landschaft. Oh, nee, oder? Okay, ich gehe mal schnell zurück. Alter. Das ist ja voll uncool. Habe ich denn noch Material für eine... Okay, ich kann mich durchfackeln. Zur größten Not kann ich mich irgendwie durchfackeln. Das ist ja völlig unpraktisch jetzt. Äh, da sind so Mistbäume. Ich weiß nicht genau, wie viel habe ich noch? 14 Gras. Okay. Gras. Ich habe keine Ahnung von Geiern, ehrlich gesagt. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was die machen. Sind die cool oder sind die nicht cool? Wahrscheinlich sind sie nicht cool. Es ist ja schließlich Downstar. Also warum sollten sie cool sein? Okay, wo muss ich denn jetzt hier... Wo komme ich denn hier raus? Ich brauche immer noch eine große Graslandschaft und viele... Wie viel aus? Bitte. Wenn ich mir da irgendwo... Am besten so ein Waldstück oder so, daneben. Dann will ich mir... Mann, oh Mann. Hier sind ja ganz schön viele Geier unterwegs. Kollege. Was ist da los? Aber hier ist alles steinvoll. Hier ist alles steinvoll, weißt du? Alles voll mit Steinen. Mini-Gletscher. Oh, boi. Wenn der schon wächst, dann ist der nicht gut. So, gib mir das mal hoch. Was ist denn das? Alter Schwede. Ah, Mann. Ich hab zu viel Zeug. Nein, nein. Ich will doch bloß... Wo ist meine Schaufel? Los, gib mir das. Gib mir das Ding in. So, kann ich mir jetzt geschwind mal noch so ein Feierchen machen. Bevor es jetzt gleich schon wieder dunkel wird. Oh, Mann. Okay. Was kann ich denn mal? Was kann ich denn mal? Meine Axt ist shit. Also sie ist bald kaputt, würde ich damit sagen. Hau da mal gleich mal ein bisschen Holz drauf, Junge. Als wäre... Gäbe es keinen Morgen. So, gib mir mal die Dinger. Dass ich jetzt schon da bin. Komm. Hau ich halt schon auf den Stein da platt. Gib mir den ganzen Kram. Ich brauche echt unbedingt einen Dingsterplatz, weißt du? Für... Weiß schon. Ah, hier. Ich kann mal einen Fisch kochen. Komm. Lecker Fisch. Was macht denn so ein Fisch? Ich habe keine Ahnung. Ach, wie so eine Beere eigentlich. Voll madig, oder? Ist so ein ganzer Fisch irgendwie. Und der gibt dir gerade mal so viel zurück, wie halt so ein Beerenmatsche irgendwie gekochte. Stage Hand? It's horrible. I hate it. Okay. Das kenne ich nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Also ich meine... Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Was ist das? Hilfe. 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 Hilf mir. Wieso ist hier lauter Content, den ich hier kenne? Ich war mir doch so sicher, dass ich jetzt ein Bild gemacht habe. Flan, Flan. Du weißt schon. Ich will schon wieder rumflennen wie so ein Mädchen. Oh, jetzt hier. Biflos. Ja. Biflos. Baby. Geiler Scheiß. Zumindest mal einer. Ah, nice. Zwei. Äh, naja. Zwei. Ist hier noch mehr. Komm schon. Ihr habt keine roten Ärsche. Das ist gut. Es ist nicht Rotarsch. Saison. Drei. Vier. Ja. Ja. Biflos. Okay. Jetzt nicht zu aufgeregt werden. Käse. Nicht durchdrehen, Junge. Reißt sie am Riemen. Ich mache noch so eine kleine Runde hier. Mal kurz hier runterlatschen. Ich glaube, es reicht mir schon. Oh boy. Bretter. Jede Menge Bretter. Cool. Die nehme ich doch glatt, direkt und sofort mit. Weil. Was? War da was? Nö. Ist hier noch irgendwas? Nö. Ähm. Da kann ich mir eine schöne Kiste draus zimmern. Komm. Die nehme ich auch mal mit. Was soll's? Ähm. Okay. Ich brauche unbedingt einen Crock-Pot. Ich weiß gar nicht mehr. Was brauche ich eigentlich als erstes? Ein Crock-Pot ist schon sinnvoll, ne? Oh, Spinn. Nicht schlecht. Auch gut. Sinkhole. Aber nicht schlecht. Habe ich gleich eine Höhle am Start, wenn ich Bock drauf habe und sterben will? Das ist... Ach, okay. Ich brauche mehr. Okay. Das ist... Der greift jetzt ja wohl nicht der Biflo an, oder? Und einen Teich zum Fischen habe ich auch noch. Das gefällt mir ganz gut hier, Freunde. Das gefällt mir. In der Tat ganz gut. Pass mal auf. Ich mach mal hier. Eins. Zwei. Drei. Vier. Come on. Was ist denn los? Fünf. Erste Reihe Bäume. Ich brauche dann bald ein bisschen Holz und Kohle und so, ja. Wie sieht es denn aus mit... Oh, boy. Elf und zwölf Steinen. Okay, ich brauche Steinen. Was ist denn hier der nächste... Da oben ist ein Stein. Haha, ein Stein. Gehe ich mir denn einfach so zur Sicherheit... Komm, ich gehe einfach mal diesen einen Stein da oben abgraben. Das ist ja jetzt Wurst. Weil... So einen Kochtopf hätte ich schon ganz gerne so, ne? Hier gibt es Hasen. Auch gut. Sehr gut. Ach, hier fühle ich mich vor. Das gefällt mir gut. Denk, 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 denk. Oh, nö. Porschnell Pickaxe. Mist. So. Jetzt aber. Jetzt habe ich... Ah, Neiter. Ich will keinen Neiter. Oder ist doch Neiter. Ja, ist Neiter. Gut. Jetzt. Ich brauche noch immer ein bisschen Holzkohle. Welchen Baum kann ich denn mal hier gefahrlos abfackeln, ohne dass hier gleich die Welt brennt? Und den da vielleicht da oben, ha? Ich glaube, den kann ich ganz locker und flockig. Ja, zünd an. Und jetzt schnell weg. So. Äh, gib mir die Axt. Oh, boah. Ich brauche eine Axt. Ah, Mann. Und ich habe... Mäterschlinge. Guck mal. Eins, zwei... Was ist denn hier los? Was ist denn das? Ach so, die... Ah, okay. Ich hätte jetzt... Ah. Oh, nein. Lass das. Geh aus. Nein. Ich will für Himmel Arsch. Oh. Butterflyer Wings. Ja, ist mal. Lecker. Wie im echten Leben, oder? Freue ich mich jeden Morgen, wenn ich mal lecker Schmetterlingsflügel essen kann. Mmh. Ah, ich liebe das. Okay, pass mal auf. Ich grabe mal schnell diesen Busch hier aus. Kann ich das denn? Ne, schmeiß einfach mal kurz daher. Genau. Und gib mir den Stick. Und dann... Ja, ja, ja. Ist schon klar. Ist schon klar, mein Junge. Wubu-lubu-lubu-lubu. Ich finde die so geil, oder? Die sind schon putzig. Mist. Was lasse ich jetzt hier in Spinnennetz? Das wird ja nicht schlecht. Tue ich da hin. So. Okay, bald wird es Zeit. Wie sieht es denn sonst so aus? Ich könnte noch... Hm, will ich jetzt schon... Also hier unten waren die Biefel los, ne? Hier. Eigentlich ganz cool. Hier ist eine Spinne. Da sind Spinnen. Soll ich mich schon festlegen? Da sind ja Killerbienen. Oh, alter Killerbienen. Ich meine, manchmal auch nicht so schlecht, ne? Dann kann man halt da reinhuschen. Wenn... Ne, wenn die Hounds kommen. Oh nein, mein Busch. Warum? Mist, die Kack. Lass das doch. Mach das aus. Nein. Oh, scheiße. Wieso? Das ist doch doof. Ach, Mist. Scheiße. Scheiße. Wie soll ich so viel fluchen? Blöd. Doofes Feuer. So. Kurzer Blick auf die Uhr. Oh mein, ich glaube, ich bin schon drüber. Mann, man kriegt irgendwie nichts geschafft. Eine Folge und nichts geschafft. Okay, gut. Also, pass mal auf. Ich... Weiß noch nicht genau, was ich jetzt mache. Ich gehe mal auf die... Warte mal. Ich gehe mal jetzt in... Hält der Server dann an? Weiß ich gerade... Ne, macht er nämlich nicht. Scheiße. Okay, also wir sehen uns bald. Oh cool, ich habe ja eine Rüstung. Nice. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Daumen hoch und so. Weißt du ja. Kommentare freuen mich total. Und hoffentlich bald, meine Tümsche. Hoffentlich. Sag es ihm. Schreibt es ihm, ne? Und bis denn dann. Wir sehen uns hoffentlich. Macht's gut. Ciao, ciao.